Hallo, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Human Fond Flat. Ja, es geht weiter, würde ich sagen, ne? Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ey, 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 ey. Miki, dein Hintern passt nicht durch. Mein Rock passt nicht durch. Nein, das ist dein Hintern, das ist nicht der Rock. Ganz eindeutig. Ja, zieh mich mit, komm schon, zieh mich mit. Ja. Ich hab dich hochgeschubst. Ja, danke. So, ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter. Hilfe. Warte. Gott, oh Gott. Wo mussten wir jetzt hin? So, wer möchte? Wer will auch noch ein? Ah, Moment. Oh, ey, das ist ja cool hier. Bin ihr? Äh, genau. Lass los. Hab ich. Oh nein, ich steck mir im Kopf fest. Ich steck mir im Kopf fest. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Hast du jetzt den Kopf zwischen den Gitterstämme be... Ja, hat sie? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist meine Stolz. Oh nein. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Tja. Ja, ich glaube, wenn du dich dann gleich fallen lässt, kommst du damit. Ja, aber ich komme auch nicht mehr zurück. Du kannst dich ja gar nicht fallen lassen. Du kannst dich gar nicht fallen lassen. Nein, ich kann auch nicht zurückgehen. Guck mal, ich stecke komplett fest. Oh mein Gott. Aber irgendwie muss das gehen. Guck mal, ich kann auch nicht zurück. Ich kann mich nicht fallen lassen. Oh mein Gott. Lexi ist jetzt am Boxen. Kannst du den Kopf von dir nicht durchschieben? Kannst du mal hochziehen? Oh Gott. Nee, das Level neu machen können wir jetzt auch nicht. Nee, das müssen wir ja wieder ganz neu machen. Das ist auch krank. Es sei denn, der Speichert an der Stelle noch macht. Ich kann auch nicht den Kopf zurück machen, um dann irgendwie zurückzuspringen oder so. Oh, du denkst du mal Gasmaske fest, echt. Oh mein Gott. Oh nein. Wartet mal. Wartet mal, Pinky. Zieh. Und ich sage immer, das sind eigentlich nur Jungs. Also so. Bitte was, Pinky? Ich gehe jetzt durch das Tor. Durch das Tor? Na, hier hinten. Ach, die ist schon da. Ja, aber ich komme ja hier auch nicht. Ich komme ja auch nicht. Nein, nein, das ist alles egal. Das ist alles egal. Janus. Ja, geht durch das Tor. Nee, nee, geht ja nicht. Geht ja nicht. Ach so, weil ja einer auf dem Ding stehen muss, ne? Ja, ihr müsst euch da drauf stellen. Einer, einer muss drauf, ja. Äh, Lexi. Lass mich zurück. Geht ohne mich weiter. Ja, das haben wir vor. Ja, das haben wir vor. Boah, er hat so echt. Nein, nein, Lexi, nicht da. Was? Du hättest doch auf die andere Seite, dass du das Boot da. Ach so. Oh nein, jetzt hänge ich auch noch verkehrt rum. Da bin jetzt rechtlich mal noch verkehrt rum. Ich rutsche weiter runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme nicht durch. Was soll ich jetzt machen? Du fährst mit dem Boot einfach nur da bis dahin. Nein! Bis die Hände hin zum Knopf. Warte, ich komme mit. Damit ich da durch das Tor gehen kann. Wir brauchen eigentlich nur bis zu dem Hinblick, damit wir auf den Knopf drauf können. Genau. Und dann kann Pinky das Tor aufmachen und dann sind wir durch. Ihr macht es ja indirekt auf und ich gehe nur durch. Es sei so, genau. No? Na ja, nur fürchte ich, ja. Nein, du brauchst uns zu fürchten. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Oh mein Gott. Du hast nichts zu befeuerten. Na ja, das sagen sie alle, ne? Dann darfst du mich den Dinos zum Fressen vor. Ja. Als wenn ich es nicht kennen würde. Das war doch jetzt ein Kontrollpunkt. Ja, genau. Ich hoffe. Ja, gut. Doch, das wurde gerade was abgespeichert. Genau, jetzt hängt Sumi aber immer noch fest. Ja, ich hänge fest. Aber kannst du nicht den nächsten Speicherpunkt anwählen? Ja, ich könnte, ich glaube ich, den Kontrollpunkt neu starten. Ach so, ja, nee. Dann müsste Sumi auch hier sein. Eigentlich schon, ne? Ja. Versuch mal. Ich hänge komplett fest. Kontrollpunkt. Aber ich hoffe, dass das jetzt hinhaut. Ich hoffe auch. Wir riskieren's. Ja, genau. Ja, doch. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, aber sie hängt immer noch fest. Nein, nein, ich bin hier. Sie ist hier. Sie ist hier. Woooo. Yay. Oh mein Gott. Ja. In allen Fassern und Plopp alle. Oh mein Gott. Ich hole mal das Boot dran. Ja, die hat die nicht vergessen. Das Boot. Da hinten, die Tür, da sind wir durchgekommen, ne? Ach. Warten, wir müssen... Bööö. Entschuldigung. Ach. Und die würde reinfallen, gell? Ja. Äh, ja, irgendwie sowas. Ja. Äh. Ich bin hier jetzt ein Klinger dabei. Nein, ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Ey, du hältst mich ja gerade am Klingfeld. Ja. Darüber lachen wir ja die ganze Zeit. Und ich denke, also warum komme ich da nicht rein? Ich hau euch hoch. Batsch. Muss ich wieder den Außenbordern machen, ne? Ja. Klatsch. Los von Batsch. Da hat so eine eine gepfeffert. Sag mal, spinnst du? Oh Gott. Oh Mann. Fog mal den Hintergrund an, das Ding da an, an das Holzding da an, oder? Ja. Oder fang mal direkt da ganz hinten an. Passt du zwischendurch, passt du nicht, oder? Weiß ich nicht. Ein Stück noch, wenn's geht. Jawohl. Aber, ah, 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 nein. Oh nein, Lexi liegt da. Oh nein. Ja, die sonnt sich. Achso. Okay, jetzt einfach, vielleicht kannst du nicht da hinten durchschwimmen mit dem Boot. Ich glaube, da kommen wir von dir aus auch so zu Fuß hin. Leute. Ja. Wo bist du? Puh. Wo bist du? Ich bin hier hinten. Oh, nee. Doch, ich bin runtergefallen. Da musst du warten. Ja, genau. Ich schau euch von hier zu. Oh nein, oh nein. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, oh, bluck. Kommst du zu mir? Ich weiß nicht. Äh. Ich guck nicht mehr rauf. Nee, das war... Hallo. Na du. Bist du hier? Nicht mehr alleine. Komm, wir können nicht da hinten hinschwimmen. Wo ist ich denn jetzt? Nee, das geht nicht. Auf den Berg, gell? Ja, genau. Das Einzige, irgendwie hier klettern, aber... Ja, aber da kamen wir nicht um die Kurve. Ah, nein. Ich bin schon wieder abgestürzt. Oh, vielleicht komm ich da drüben entlang. Oh, nee. Oder doch? Ja, doch. Ah, so. Und so. Ach, scheiße. Geh doch da hoch. Ich bin auch abgestürzt. Dummer Clown. Nein. Hallo? Ach, shit. Jetzt, weiter. Da komm ich durch. Okay. Hätte ja klappen können. Das, was läuft, hätte ich weiter. Ah, man. Ah. Lecker, Bunny. Okay, jetzt bin ich hier durch, aber das nützt ja nix. Au. Au. Ja, was gehst du mit Wege hier, sag mal. Kannst du da durchlaufen. Wo durchlaufen? Ja, da, wo ich bin und runter durch. Und da kommst du an diese Sandstücke, da kannst du wieder auch gerade durchgehen. Bin da ja auch hoch. Ja, ich bin ja auch gerade hier rumgekommen. Aber du... Nee, du bist noch nicht rumgekommen. Ja, ist ja egal. Ich kann ja auch woanders laufen. Ja, das war ja nicht von Erfolg gekrönt. Ähm... Ja, sag doch. Boah, das ist ganz cool von dir. Kannst du die sehen, da hinten. Oh, springen wäre jetzt gut gewesen. Wir speichern. Wir können uns ertrinken lassen. Wieso? Weil ich hier rüber geschwungen bin. Ich bin hier auf dem... Ach so. Dann muss ich jetzt selber ertrinken, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Bang. Klatsch. Boah, gerade auf Seite gegangen, ey. Das schon wieder. Ja. Oh, nee. Ja, ich hätte es noch ein bisschen besser geschafft. Also, ja, so ist gut. Da können wir drüber balancieren, ne? Nee. Wir können das auch ranziehen. Ja, es steckt, ja. Warte. Oh, nee. Es steckt nicht. Oh, toll. Oh, jetzt hast du wahrscheinlich noch Pinky erschlagen. Ja, er hat mich erschlagen. Hängst du jetzt an dem Ding an, oder? Nein. Ich bin jetzt hier hinten auch. Ich kriege das nicht mehr. Doch, du kriegst es. Komm, wir ziehen dich. Jawohl. Ja. So, warte. Ah! Hängst du dann hinten nachfassen und hochheben. Ja, ja. Und jetzt, jetzt. Oh mein Gott. Oh, what? Noch mal zurück. Und hoch. Und nach vorne. Komm schon. Lass sie fallen. Yeah. Nein. Nein. Oh, nein. Guck mal, Lexi macht das. Die kann das. Ja, ja. Jetzt viel Gefühl. Sumi, warum springst du denn wieder ins Wasser? Ich weiß auch nicht so genau. Und jetzt zieh. 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 Jawohl. Ich höre noch. Zieh. Wie macht das? Ein bisschen. Ei. Oh. Sumi. Sumi. Und wie wirst du? Komm, wir sind dort. Können wir mal gucken, wie weit ich komme. Hilfe? Hilfe? Nee, lass mich fallen und ertrinken. Sonst kommst du nicht weiter. Au. Du für einer. Ähm. Was passiert? Ich dachte, das ist zu schwer. Oh mein Gott. Ich komme. Halb, halb mal. Oh, nein. Jetzt, jetzt. Weißt du, was machen die da? Weiß auch nicht. Nein, das ist auch. Jetzt zieh sie wieder zurück. Ja, die müsste da Steine in das Ding dann. Ja, genau, wo sie wieder zurückzieht. Warte. 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 Äh. Äh. Zieh mich hoch. Ja, ich versuch's ja, aber... Oh nein, das ist wieder mit Dermot reingefallen. Guck mal. So, warte mal. Au, du hast einen Kopf. Oh mein Gott. Oh, boah. Ist das schon weg, oder? Oh, ist das Boot schon weg? Ja, ist weg. Das kommt hier raus. Komm, wir stürzen uns drauf. Vielleicht kommen wir ja weiter. Ohne uns. Ja, klar, ohne euch. Au. Schmeiß raus, ja. Ah, oh nein. Ich bin mit rausgekommen. Oh nein, aua. So, und jetzt muss sie nicht ziehen. Ja, und jetzt? Sie wollte mich töten. Nein. Sagen's alle. Nein. Nein. Tja. Tja. Ja. Ja. Ja, auch hier. Ja. Ja. Es kam mir zufällig vorbei. Wollte eigentlich Pommes holen gehen. Ich hab mich nicht verloren. Uuuh. Ah, nein. Wo buchst du mir hin? Sag mal. Ich, ich mach mir überhaupt nichts hier. Ja, ja. Ich, du hast mich doch nur angepackt. Ich halte mich fest so. Mit mir kommt mir hin und vorhin. Äh. Ah. Oh. Ähm. Das ist so ein bisschen, wie heißt das Spiel noch mal, wenn man dann auf dieser Matte? Äh. Ähm. Äh, ich weiß, was du meinst. Ähm. Und dann auch verschiedene Farbpunkte dann mit. Ja, ja, genau. Rechte Hand dann auf blau. Und so was ich so. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Komm schon, komm schon. Ich glaube, ich ertränke jetzt. Ja, ja. Ähm. Ähm. Baff. Äh. Ob so, wie ertrinkt auch noch. Jetzt wird's... Nee, da muss ja einer mitfahren. Ja, ja, toll. Wie sollen wir jetzt hier... Ja, einer muss doch mit rüber irgendwie. Wie war denn das? Wie haben wir das denn gemacht, der zu mal... Hm. Was ist doch auch da drüben. Ja. Wie solltest du das jetzt wieder hoch? War ein Safe-Punkt hier, da hinten? Nee. Äh, äh, doch vielleicht. Ich meine nicht. Ich sehe mal gleich, wenn er wiederkommt. Ja. Aber auch hier so an der Seite entlang. Ja, aber nicht so lange. Aua. Äh. Ja, da komm ich nicht hoch, okay. Nee, ich muss auf das... Wo ist das los? Oder wo muss ich hin? Ach, schade. Nee, ich muss da drüben. Oh, gleich da. Ja, wo bist du denn? Hä? Wie, du bist da? Ach, da bist du. Ja, da kann man einfach rüberlaufen. Wie? Oh nein, aber da musst du schnell sein. Was soll ich sagen, dass ich da hier... Aua. Du musst am Rand entlanglaufen. Ja, bin ich ja. Ich fahr dann schon mal hoch. Oder am anderen Rand. Ja, am anderen Rand. Einmal Luft holen? Nee, bei mir geht das nicht. Einmal Luft holen? Nee, du bist am falschen Rand. Du musst genau da, muss er hin. Aber ich bin... Guck mal, hier bin ich. Doch. Ähm... Nee, zack, bin ich wieder hier. Äh, ja, musst du zwischendurch auf und zum mal springen, dann kannst du... manchmal ein bisschen Luft holen. Springen am Arsch! Aber ich hab's doch auch geschafft, Sumi. Mir doch egal. Ich doch auch. Mir doch. Sagst du mir, wenn du oben bist? Oh, ich hab's keuch. Schon, jetzt musst du hier her. Ong, ja, oben. Aber es ist noch jetzt, ist safe. Ich bin oben. Also, ihr könnt euch, genau, könnt euch fallen. Jaa, jetzt lass uns fallen. Naja, lass doch ich mal. So, jetzt hatten wir ja hier noch unser... ...kleines Problem. Jaa. Jetzt bin ich... Ach, wie witzig, da sind die Probleme. Wir haben auch nur eine Stunde gebraucht jetzt. Uah, Butsch. Jetzt finde ich kein tiefes Wassermeld, kann ich nicht erzählen. Ich kopfe Zeit. Soll ich mal auf die Luftmatratze gehen? Ihr macht das Ding da? Wir machen das Ding da. Aber wie? Ja, genau, wir müssen das mal... Warte mal. Hallo, aha. Jetzt was ich krass sagen, jetzt ertrink ich hier nicht mehr. Kann ja wohl klar sein. Oder kann man das mit der Luftmatratze irgendwie... Nee, genau, wahrscheinlich nicht. Warte mal. Ha, ich hab die... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was denn, was denn, was denn? Warte. Der Ring. Wir müssen den Ring in die Säulbahn anhängen. Und dann zieht die Säulbahn. Ja! Ja! Ah! Und jetzt... Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Du setzt dich da jetzt mit drauf, ja! Komm schon! Oh mein Gott! Ja, das will ich jetzt auch sehen! Ähm... Ja! Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Halt dich fest! Halt dich fest! Oh oh! Oh oh! Ich will mit, ich will mit! Ich auch! Ich auch! Er kommt ja hier vorbeigeschwungen. Ach shit! Oh nein! Oh nein! Oh! Flup! Flup! Wo? Wo seid ihr? Warte! Achtung! Oh! Oh scheiße! Nächste hier drückt Y, sonst fällst du runter! Ich finde Y nicht! Oh nein! Jetzt sind sie weg! Au! Ähm, ihr seid von der Matratze gefallen! Ja, ich sehe auch nur noch ein blümiges Wasser! Oh! 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 Ah, das ist jetzt! Ähm, ups! Hilfe! Ich häng an dem... Ich häng an dem Wasserrad dran! Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja da vorne ein Hebel, da muss ja irgendeiner... Irgendwofür wird der ja sein? Ich häng jetzt erstmal am Wasserradius. Hm! Aber wofür ist denn das? Ah! Die Sanofmatratze, Hilfe! Ah! Was mach ich denn jetzt? Ich hab keine Ahnung! Ich häng ja... Da hinten ist ein Hebel! Ja! Ah! Was hat das denn auf sich mit der Matratze? Ah! Das weiß keiner so genau! Das hat mir einfach nur Spaß! Ah! Ich lass mich eben nochmal durchs Wasser ziehen! Warum? Ja, da oben ist ein Hebel, da bist du mal hoch! Ähm... Äh, das sieht gut aus! Das sieht richtig gut aus! Äh, ja, aber ich weiß noch nicht genau... Ja doch, doch! Und dann versuch da mal hochzukommen! Ich wüsste im Moment leider noch nicht wie das Problem! Hm! Ah! Haben wir irgendwas vergessen? Warte mal, kann man das vielleicht festmachen mit diesem Ding da? Oder wo kommt das her? Das da? Das da? Dass man das irgendwie damit einkallen muss? Ähm... Ähm... Äh, ja! Ne, nicht wirklich, ne? Ne, vielleicht... Vielleicht hier? Au! Oh! Scheiße! Irgendwie oben da aufkämen! Aber... Äh! Ich muss mich mal an den Ding hier festzeichnen! Ähm... Ähm... Äh... Äh... Geht's dann besser? Ne! Das ist nicht richtig! Hahaha! Ich seh euch da irgendwie... Ne, mein Baubel! Das ist Pinky! Äh! Hilfe! Oh noch! Ist weg! Oh, es bewegt dich nicht mehr, aber... Ich hab zu viel gegessen, glaub ich! Ne, wegen dem... Wegen dem, äh... Holzteil da, was Pinky in der Hand hat! Ziegen fest! Das wäre gut, wenn das festhängen würde, wenn ich oben bin! Ja! Weil jetzt... Bin ich noch... Ziemlich weit unten! Äh... Äh... Hm... Hm... Also jetzt ist der Stab gar nicht drin, sondern... Jetzt müsste es sich wieder bewegen! Tut's aber nicht so richtig! Vielleicht bin ich zu schwer! Dann dürfen keine zwei Personen dran sein! Vielleicht ist das der Punkt! Ja, vielleicht kann tatsächlich eine Person... Moment! Jetzt... Ja, jetzt... Ja! Ich hab echt zu viel gegessen! Oh Mann, ne! Warte, dann halte ich bereit, dass sie jetzt nicht wieder dranhängt! Okay! Ja, dann sag mir nur wann! Äh... Jetzt! So, ähm... Ja! Ja! Jetzt steh ich da! Ja! Und hoch mit dir! Das... Ja! Ja, das dreht sich noch weiter! Äh... Kann ja nicht sein! Wir hängen dran! Da klangt das Fett, das macht weiter! Äh... Hä? Ja... Nee... So geht das nicht... Äh... Scheiße! Ähm... Oh! Oh! Okay, ich weiß, was du meinst! Aber das kann nur so gehen, ne? Ja! Warte! Muss ich hier einmal drauf fallen lassen? Anders wüsste ich das auch nicht! Oh, warte, warte! Das könnte gehen! Was? Ich muss dann nur so... Äh... Ist jetzt nur hier drauf? Ja! Muss ich gerade hinstellen! Jetzt geht's! Oder? Ähm... Warte! Uh! Achtung! Nicht festhalten! Hm! Nein! 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 Also, ich glaub, wir müssen das irgendwie mit diesem Stab hier irgendwie gebacken kriegen. Aber... Der will nicht! Die Stab? Ja, dieser... Dieser... Ach, dieser... Dieser Pfeiler hier! Oh, warte mal... Der wird den bremsen, aber... Dafür müssten wir den ja irgendwie schieben. Aber nur wohin? Wie? Huch! Komm her, du! Komm her, du! Komm her, du! Die Stab, ne? Ey, 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 ey! Ey! Ah, verdammt! So! Und jetzt... Rainer! Nein! Wieder hoch! Mann! Mann! Gott, Mist! Ähm! 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 Ja, okay! Ich stecke jetzt unter dem Ding fest... Ich will ja nix sagen, ne, aber irgendwie sieht das jetzt hier gerade genauso aus, wie vorhin schon. Ähm! Als wir mit dem Boot... Dann wollten wir eigentlich flossen, da war am Fluss vorbei. Und da hinten ist dieser Felsen mit dem Loch, wo wir mit dem Boot durchgefahren sind. Das ist zwar richtig, trotzdem müssen wir da oben diesen Hebel irgendwie betätigen. Ja, aber wir sind ja jetzt schon wieder hier. Vielleicht hätten wir hier gar nicht hingemusst. Doch! Doch! Da waren wir doch letztes Mal auf. Ja, aber wieso? Wir fahren doch jetzt gleich schon wieder in die Richtung, oder? Ne, ne, ne! Das hat jetzt irgendwas hiermit zu tun. Der will da nicht rein! Ach, tja, das... Das Loch ist zu klein! Ja, Mann, ey! Ich stehe zu klein. Das heißt, es gibt keinen zu engen. Hast du jetzt gesagt? Äh, äh, äh... Ähm... Au, au! Hilfe? Ach, scheiße! Äh... Wieso ist denn der Sprung? Ich hab viel Angst, Leute! Aber das muss damit was zu tun haben. Ja, ja. Nur wie? Ja. Warte mal, dann halte ich mich mal fest hier. Äh, wenn's noch weitergeht. Wo bin ich? Ach, hier. Äh... Ja, okay. Du bist ganz schön schwer piekig. Ja, es tut mir leid, ich habe Grünkohl gegessen. Hä, 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 hä. Äh... Obwohl der so langsam hochgeht, ist das gar nicht so... Ja, ich hab's jetzt eingeklemmt. Ach so, ja. Aber, aber... Gut, wenn's gar nicht mehr hochgeht... Moment, warte mal. Zieh mal kurz raus. Ähm... Zieh mal raus! Reicht schon, es geht schon langsam nach oben. Nee, jetzt bremst er wieder. Nee, der steckt. Oh nein, jetzt dreht er wieder zurück. Hä, der steht bei mir. Nee, der steckt fest, der steckt. Nee, bei mir dreht er sich ganz, ganz, ganz langsam. Bei mir steht er. Bei mir steht er. Jetzt. Jetzt. Sehr schön. Oh, 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 oh. Dann sag mal jetzt Bescheid, wenn ich... Äh... Stopp! Das war zu spät, so stopp. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin drückt. So, jetzt muss man mal gucken, was der Hebel hier macht. Ja. Erst mal schauen. Ein bisschen Zeit muss man mir ja geben hier. Oh, ich bin auch da! Oh mein Gott! Oh, Hilfe! Was ist jetzt passiert? Gar nix! Ich hab auch was gehört, als ich an ihn wieder gezogen hab. Vielleicht andersrum? Was ist jetzt passiert? Warte mal. Ich geh mal hier hinten hin. So. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh je, oh je. Äh, okay. Aber der... Was passiert, wenn du an dem Hebel ziehst? Ah, guck mal! Da, das Ding ist es auf! Wo, was? Welches Ding ist es? Ach, das Becken, ne? Ja. Ja, das Becken ist auf! Mit dem Ventilator oder was? Genau! Spring mal rein! Spring mal rein! Ja, spring mal rein! Ja, spring mal rein! Komm, spring rein! Warte, ich nehm anlauf! Ja! Ja, bitte! Und Gleitgel! Ah! Ah! Yay! Drei! Oh! Klatsch! Und was ist passiert? Laden! Oh mein Gott! Tja, so, das war's schon wieder, meine Lieben. Aber freut euch schon mal auf die nächste Folge, wenn's dann wieder heißt, Human Fall Flash! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag! Bis dann!